Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girl Attainment und meine Pechsträhne hört irgendwie gar nicht mehr auf. Du weißt, ich hatte ja den Reitunfall, deswegen habe ich hier noch ein gebrochenes Bein, was operiert wurde und Schrauben und Platte und bla bla bla. Vielleicht hast du es mitbekommen, dass mein Katamaui von einem Auto angefahren worden ist dieses Jahr. Dann der Eskade ging es nicht gut, mein Pony hatte eine Kolik und jetzt hat Porzellinchen schon wieder eine Kolik. Ich gehe davon aus, dass es wegen dem Wetter ist oder wegen dem Wetterumschwung. Es fühlt sich halt komisch an, das war jetzt auch beim letzten Mal so ein bisschen, ja, Tierarzt habe ich gerade angerufen. Und jetzt warte ich, bis der Tierarzt kommt und ich hoffe, Porzellinchen geht es dann bald wieder besser. Mein Freund geht jetzt die ganze Zeit mit ihr. Schau sie mal an. Ach, Herzen. Ach, Meme. Wir mussten sie jetzt auch richtig oft vom Hinlegen abhalten. Das Wetter draußen ist auch mega seltsam, so schwül und so komisch. Und hier im Stall ist es wenigstens ein bisschen kühler. Ich hoffe, der Tierarzt kommt bald. Ach, Porzellinchen, es tut mir so leid. Wir sind die ganze Zeit unterwegs. Ich wechsle mich mit meinem Freund ab, dass er mal Porzellinchen nimmt und ich kann ja nicht gehen, wegen meinem gebrochenen Bein. Und deswegen sitze ich hier im Golfkirt. Wir gehen jetzt auch schon ewig mit ihr. Und man merkt, es wird jetzt echt besser. Komm. Boah, war es ganz schlimm. Sie wollte sich die ganze Zeit hinlegen. Wir haben es ja dann fast nicht mehr aufbekommen. Sie darf sich halt auf gar keinen Fall wälzen. Komm, Fabi. Wie machst du das? Warmes Wisschen. Ich hoffe, das Tierarzt kommt endlich mal. Vor allem, es ist nicht mein Tierarzt, wenn mein Tierarzt irgendwie nicht da ist. Es ist das erste Mal, dass er nicht da ist. Man merkt an ihrer Art, dass sie einfach ganz anders ist als sonst. Sonst würde sie jetzt neben dem Golfkirt hierher traben. Sie würde auch viel mehr fressen wollen. Aber ja, fressen darf sie jetzt nicht. Sie muss zuerst mal Pferdeäpfel lassen. Und natürlich sollte man in der Tierarzt kommen. Das wäre mir auch eine Idee. Die Tierarztin war jetzt Gott sei Dank da und hat Porzellinchen abgehört. Sie ist ja auch noch entschuldigt, dass es so lange gedauert hat. Nur sie war selbst jetzt gerade auch bei einem anderen Kolikpferd. Das anscheinend auch wegen dem gleichen Grund gekolikt hat. Wegen dem komischen Wetter ist es so ein bisschen gewittrig und warm. Und es war auch beim letzten Mal bei Porzellinchen ja auch so, dass sie dann auch da gekolikt hat, leider. Sie macht uns einen viel besseren Eindruck. Die Tierarztin hat sie untersucht und hat sie abgehört. Hat auch gehört, da hinten, wenn du da dein Gesicht so dran lehnst, also so dein Ohr an dieser Stelle beim Pferd, dann kannst du auch dann diese Bauch- und Magengeräusche halt eben hören. Diese Peristaltik oder wie das genau heißt, hat sie gemeint, da hört man fast gar nichts bei Porzellinchen und wenn nur ganz, ganz leise. Und wir haben dann Fieber gemessen. Fieber hat sie Gott sei Dank keiner. Sie hat jetzt eher eine krampflösende Spritze bekommen, wie auch beim letzten Mal, als sie eine Kolik hatte. Und nach so circa einer Stunde herum ging sie dann schon so viel besser. Und ich merke auch jetzt, dass es ihr schon viel besser geht, dass sie schon viel aufgeweckter ist und nicht mehr so reinschaut. Und ich glaube, dass sie auch nicht mehr so Bauchweh hat. Und gegen Bauchweh hat mir die Tierarztin auch was dann mitgegeben und zwar Novalgin. Das ist irgend so ein Mittel, was ich ihr dann so ins Maul dann mit so einer Plastikspritze so hineinspritze. Falls das nächste Mal, falls ich dann wieder irgendwie Bauchweh haben sollte, dass ich dem Ganzen so ein bisschen vorbeugen kann, dann check ich das ab. Und falls es dann nicht besser werden sollte, dann rufe ich auf jeden Fall den Tierarzt. Aber meiner Meinung ist, lieber einmal zu oft den Tierarzt anrufen, als dann noch größere Probleme zu haben. Und ich finde, bei einer Kolik darf man auf gar keinen Fall irgendwie das auf die leichte Schulter nehmen. Also das ist echt mega ernst. Porzellinchen muss natürlich jetzt weiter bewegt werden. Und deswegen sind wir jetzt hier weiter im Schritt unterwegs. Das ist hier die aktuelle Situation. Wir sind da unterwegs und hoffen, dass Porzellinchen bald so ein kleines Geschenk darlässt. Und wenn sie in die Box kommt, dann auf gar keinen Fall mit Stroh und Heu, sondern nur mit Wasser und ein bisschen Sägespäne. Und das war's. Fressen darf sie auch nichts. Aber sie zeigt schon Interesse, weil da liegen hier so ein paar Birnen nämlich da im Boden. Komm, Porzi! Also auf jeden Fall schon mal ein besseres Zeichen. Also ihr geht definitiv besser als vorher. Gell, Herzi? Das könnte man doch fressen. Also ihr könntet ihr sich schon vorstellen, was zu fressen? Mittlerweile ist es schon so weit, weil ich noch nichts gegessen habe, dass ich mir jetzt eine Pizza angecheckt habe, die ich jetzt hier so während der Fahrt, während ich Porzellinchen bewege, mal irgendwie essen werde. Lecker, beste Pizza. Und wie verbringst du so den Tag? Mit einer Pizza, im Golf-Cut, mit gebrochenem Bein und einem Pony, das eine Kohle hat. Bestes Leben. Ich kann mir keinen schöneren Sonntag vorstellen. Aber voll gemein eigentlich, wenn ich jetzt eine Pizza esse und mein Pony jetzt mal erstmal nichts essen darf. Es ist mittlerweile halb acht und noch immer sind keine Pferdeäpfel in Sicht, aber dafür sind wir weiterhin on the road. Die Sonne geht bald unter. Und Porzellinchen ist jetzt Gott sei Dank schon viel aufgeweckter. Und diesmal bin ich nicht alleine mit Porzellinchen unterwegs, sondern mein Freund ist auch am Start, der rettet seine Stute. Jessie und Porzellinchen. Und die Umgebung. Und meine Krücken. Die Sonne geht unter und wir warten noch immer auf Pferdeäpfel. Müde. Wir waren so viel unterwegs. Andere freuen sich über irgendwelche teuren Sachen. Porzellinchen, ich würde mich sehr über Pferdeäpfel freuen. Nein? Doch, muss. Nein, doch, 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 doch. Es ist jetzt kurz vor zwölf. Ich bin jetzt gerade im Stall. Aber Porzellinchen tut sich leider gar nichts. Sie hat leider nicht gemistet. Ich bin jetzt extra hier in den Stall gekommen. Da ist die Weiße, es ist stockdunkel draußen. Nicht gemistet. Und ja, muss ich warten und hoffen. Wir mussten aus ihrer Box das ganze Stroh rausräumen und das komplette Häuser. Sie sitzt jetzt nur noch auf so einer Matte. Und ein Wasser darf sie halt haben, laut Tierarzt. Auch Mimi und da hat sie auch mal hergemacht. Halt nur auf der kleinen Seite und da auch. Ja, ist langweilig, oder? Ich werde noch ein paar Spielsachen besorgen. Es ist der nächste Tag und wir sind unterwegs. Mein Porzellin. So brav, aber leider halt noch immer ohne Erlösung. Es ist zwar nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Gut, dass man es hier einfach gar nicht sieht, aber okay, das sieht man hier gar nicht. Fehl. Ich brauche eine Beleuchtung, um Kacke herzuzeigen. Das gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Kacke. Okay, man sieht es einfach null. So, Beleuchtung ist an. Das ist sie. Okay, glaub mir einfach, dass hier Kacke ist. Ja. Andere freuen sich über teure Handtaschen. Ich freue mich über die Kacke. Nee, 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 nee. Okay. Oh. Du bist so süß. Und so sieht Gott sei Dank wieder ein gesundes Pony aus. Ich freue mich voll. Porzellinchen geht es wieder gut. Wir beobachten sie auf jeden Fall die kommenden Tage auch. Und sie kommen jetzt auch wieder in ihre eigene Box. Mit ganz viel Stroh und ganz viel Reul, dass sie wieder was fressen kann. Und dass dann wieder alles passt. Wir haben nur mega seltsame Vorschläge von dieser neuen Tierärztin bekommen, wenn mein Tierärztin nicht da war. Wie doppelter Espresso oder Schnapso oder sowas. Das habe ich dir alles in meinem Podcast ganz genau erzählt. Kannst du dir kostenlos anhören in Anita Girlie Themen Sprachmemos. Ich verlinke dir das da jetzt. Und auch in den Kommentaren und in der Infobox kannst du es dir auf Apple iTunes, auf Spotify, auf Google Podcasts und wo auch immer es Podcasts gibt. Gratis anhören. Und wir haben auch heute was zu feiern. Und zwar Porzellinchens dritten Geburtstag. Oh, ein kleines Wüßchen. Oh, ich freue mich so, dass sie wieder gesund ist. Mir haben auch ganz, ganz viele geschrieben auf Instagram, weil sie auch den Pferdeschüler-Kalender haben. Da steht es nämlich auch drinnen. Okay, wer bekommt den Angebissenen vom Porzellinchen? Also ich habe noch ganz, 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 ganz wenige. Und der, ich weiß nicht, ob ich den überhaupt nicht so hergeben kann. Den hast du jetzt gerade angesabbert, du kleines Wüßchen. Die allerletzten Stücke von den Pferdeschüler-Kalendern mit Porzellinchen-Saber. Ich unterschreibe natürlich auch alle gerne. Nur ich werde die nicht alle zu Porzellinchen lassen, weil ich glaube, die sind dann alle angesabbert. Die haben meine Schwester gemeinsam gemacht. Da gibt es ganz viele Infos zu meinen Pferden. Und Porzellinchen, erkennst du dich selbst wieder hier auf dem Cover von Kleine Hufe, Große... Oh, das hat jetzt echt weh getan. Oh, voll in mein Auge, voll da fehl. In Kleine Hufe, Große Träume. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Facts zu meinen Pferden. Und es könnte sein, eventuell unter Umständen könnte es vielleicht einen zweiten Teil geben. Und es könnte sein, dass meine Schwester und ich an etwas richtig coolem Arbeiten, vor Weihnachten noch. Also, was könnte das sein? Check dir auf jeden Fall die Sachen auf meiner Homepage an hittergördythemen.de und das von Porzellinchen werde ich auch mitgeben. Schau mal, da wo die Flecken dran sind, hier, sieht man das? Das war Porzellinchen jetzt gerade. Also, wenn du das mit den Flecken hast am Rand, dann... Das werde ich auf jeden Fall zu den Bestellungen dazugeben. Ich habe natürlich alle signiert und sei gespannt, was demnächst noch alles kommen wird. Ich verlinke dir da jetzt noch zwei weitere Videos. Koste das Abonnier nicht vergessen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gleich weiter klicken. Und für YouTube wäre es noch mega wichtig, wenn du auch noch die Glocke aktivierst, weil dann wird dir auch mein nächstes Video fix angezeigt. Danke fürs Zuschauen und bis dann.